So, hallo und weiter geht es mit Let's Play Mario Party. Am Apparat spricht eure Bowser-Legende. Wie geht's? Das letzte Mal haben wir, wie soll ich jetzt sagen, ja, das Ende von Donkey Kongs Dschungelabenteuer gemacht und haben leider verloren. Wir haben nur den zweiten Platz belegt und Mario den ersten, das heißt Mario hat den Schatz bekommen und hat das Geheimnis gelüftet. Und da wir jetzt wieder etwas Geld haben, können wir hier etwas kaufen. Brauchen wir eigentlich hier unbedingt irgendwas für 50 Münzen? Nee, ist völliger Schmarrn, nein. Oder, ja gut, die Schallplatte können wir kaufen. Jetzt können wir uns Musik anhören, im Ding, wir sitzen jetzt im Optionshaus, aber hilft uns nicht sehr viel. Okay, weil das unser Let's Play so will, beginnen wir jetzt ein neues Abenteuer, wieder mit Yoshi und, ja, vielleicht diesmal sogar anderen Gegnern. Okay, wie viele Spieler nehmen teil? Einer. Das bin ich. Okay. Wir nehmen wieder Yoshi. Als Gegner Mario, denn wir fordern ihn erneut heraus. Und diesmal ist Peach und Donkey Kong dabei. Halt, oder? Ich weiß nichts. Naja, ich mach sie wieder auf normal. Okay, das gewünschte Spielbrett. Dieses Mal, Leute, werden wir Marios Regenbogenburg nehmen. Unser Ziel ist es, oder das erfahren wir noch. Okay, aber wieder 20 Runden, wie jedes Mal. Marios Rainbow Castle. Eines der einfachsten Spielbretter. Wow, der Wolkenturm. Er ist am Boden gebaut und ragt bis über die Wolken. Auf der Erde gebaut, klingt cooler. Okay, und da ist er wieder. Reitet auf einem Marokano. Hier ist Cooper. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Cooper und werde euch herumführen. Die Burg wurde wegen ihrer Schönheit einst die Regenbogenburg genannt. Aber der Regenbogen ist verschwunden und auch der Name ist in Vergessenheit geraten. Ihr müsst mit eurer Händemacht die Regenbogenburg im alten Glanz erstrahlen lassen. Noch ein kleiner Tipp. In der Burg passiert es, dass Tod und Bowser die Plätze tauschen. Also dann, lasst uns die Startreinfolge bestimmen. Okay. Ah, wir sind dieses Mal Dritter. Sind wir halt dieses Mal Dritter, macht auch nichts. Immerhin sind wir nicht Letzter, das habe ich immer so gehasst. Und Last is Peach. Das ist die Startreinfolge. Jeder bekommt 10 Münzen. Als Startkapital. Okay, der erste, die ersten Sterne sind hier zu finden. Besser gesagt, nur dort. Wenn sich der Turm dreht, ist dort Bowser und nicht Toad. Und Donkey muss gleich Münzen zahlen. So. Gleich darauf kommt Mario, der bereits gegen uns gewonnen hat. Und fängt mit einem Einplayer-Game an. Genannt Tanz den Limbo. Nicht einfach. Aber immerhin sage ich ja, Leute, wir wollen ja ehrlich gewinnen, gell? Und wir haben letztens auch ehrlich gespielt. Ich hätte etliche Male einfach die Plätze tauschen können. Und dann wäre es vorbei gewesen. Dann hätte ich gewonnen und nicht Mario. Es wäre aber unfair gewesen. So, Mario macht schon die ersten Sprünge. Scheint zu gewinnen. Jetzt kommt eine rote Stange. Kommt er an ihr vorbei? Nein. Oh, Mario, was bist du für eine Lusche. Yoshi hast du geschlagen, als du den Schatz haben wolltest. Und jetzt, jetzt verkeihst du in deiner eigenen Welt. Ein schlechter Start für dich. Aber das ist ja auch nur der Anfang, Leute, von dem neuen Spielbrett. Noch hat ja nichts angefangen. Richtig. Okay, Peach hat auch ihren Zug gemacht. Das bedeutet, das erste Minispiel. Es heißt... Boxenhaufen Wahnsinn. Ein kleines Bonus-Minispiel, wo man mehr wie 10 Münzen rausholen kann. Daher müsste es eigentlich grün sein. Aber, naja. Die denken halt nicht nach, Leute. Ich habe ganz vergessen, dass das Z war, was ich gedrückt habe. Scheiße. Ich glaube, das hat... Jawohl. Ich habe mir aber auch was geschnappt. Okay, super. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Geld jeder bekommen hat. Aber... Immerhin hat jeder was bekommen. Ich habe 20 Münzen aus dem Haufen geholt. Haha. Und irgendwie muss schon wieder zahlen. Was für eine arme Lusche. Der Turm dreht sich und Bowser bekommt den Platz. Und Mario ist dran. Und wir wieder. Mit diesem... Diesmal dem Erfolg im Herzen, dass wir es schaffen. Dass wir dieses Mal den Regenbogen am Himmel erstrahlen bringen. Zum Erstrahlen wieder bringen. Und... Wir dieses Mal die Superhelden werden. Nicht Mario. Okay, Peach nimmt den schnelleren Weg. Oben ist eine absolute... Dingverlängerung. Aber dafür kommt man zu Buhu. Ja, wenn ich so lange reden muss, nervt mich meine Nase leider etwas. Kann man nichts machen. Und Marios Big Band. Schon wieder, was mich so aufgeregt hatte. Auf der Minispielinsel. Naja, ich spiele mit der Geige diesmal. Letztes Mal war es Trommel. Ja, ist ja gut, wir starten schon. Keine Angst. Da sind wir. Start! Dum, 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 dum. Ihr müsst euch das mal anhören, wie versaut es klingt, wenn einer sein Instrument nicht spielt. Da, 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 da. Okay. Finish! Ich wieder! Hahaha. Ich war der beste Spieler. Der Geiger-Klement. Und bekomme schon wieder saftige Münzen. Das, dieses Mal fängt's gut an, Leute. Das muss ich schon sagen. Die Speicher-Optionen müssen noch eingestellt werden. Weil ich weiß nicht, ob der Emulator nicht irgendwann mal Faxen macht. Okay, Donkey Kong entscheidet sich zum Boo-Hoo zu gehen. Was wird Mario tun? Er entscheidet sich ebenfalls dafür. Und was werden wir machen? Nicht vorankommen, auf jeden Fall. Und Peach würfelt wie immer ihre Zehen. Peach würfelt anscheinend immer höhere Zahlen. Was ich etwas verwunderlich finde. Und hier ist schon wieder ein explosiver Bob-Omb. Ich hasse ein explosiver Bob-Omb. Explosiver Bob-Omb! Okay, ich hab was vor. Wir lassen den Bob-Omb etwas wütender werden. Und schicken ihn dann weg. Jetzt. Nicht zu mir, ihr Pennerlein! Ah, ihr Penner, ihr blöden Säcke! Das hat Donkey Kong ganz blöd gemacht. Das werde ich dir nicht verzeihen, Donkey Kong. Tut mir leid. Ah ja, wenn ihr jetzt... Oh, Chance-Time. Oh, kacke, kacke, kacke. Ich hasse Chance-Time. Oh, 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 oh. Peach. Und Mario. Och, du liebe Scheiße. Peach und ihr Scheiß-Glück. Das gibt's ja nicht. Schaut euch das mal an, Leute. Die wird beschenkt mit Münzen. Die hat Glück ohne Ende. Wirklich wahr. Aber auch am Nintendo 64 ist das so. Da hat Peach immer Glück. Immer... Aber dieses Mal ist sie zwar... Nicht... Nicht Erster geworden, aber trotzdem. So, jetzt klau wollen ihr nicht von mir. Gescheit so. Die hole ich noch ein. Noch ist ja noch gar nichts verloren. Ist ja erst die vierte Runde oder so. So, was ist für Mario dran? Ein armiger Bandit. Da kann er jetzt richtig was rausholen, wenn er Glück hat. Okay, los geht's. Mit den Epic-Grafikfehler an. Let's go. Okidoki. Okay, Kuppapakza. Alles klar. Drei Münzen, glaube ich, sind es. Oder fünf. Aber immerhin hat er was rausgeholt. Ja, drei Münzen. Nicht sonderlich viel, aber... Immerhin hat er es nicht versaut. Weil es gibt viele, die versauen sich das dort sehr schnell. So, und wir gehen auf zum Buhu. Das ist ja sonderlich klar. Peach ist schon auf dem Weg zu Toad. Äh, zu Bowser. Glaube ich momentan noch. Kann schon sein, dass es noch Bowser ist. Oh, der Glühbirnentanz. Das Minispiel, wo wir alle zusammen helfen müssen. Und ich hab schon wieder die Glühbirne. Was für eine Schweinerei. Warum kann nicht mal jemand anders die Glühbirne halten? Ja, ihr braucht mir nicht nachlaufen. Passt lieber auf die Buhus auf. Und befreit eure Kumpels, wenn sie verflucht wurden. Ey! Warum habt ihr mich nicht durchgelassen? Ah, da. Schnell, mach schnell. Befreit Peach, hier faulen Äpfel. Jawohl, geht doch. Schnell vorlaufen, vorlaufen. Nein, Peach hat die Glühbirne. Okay, Peach laufe vor, schnell. Ja, gut gemacht. Ha, 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 ha. Tschüss, Buhus. Das nennt man wohl Freudentanz, oder? Damit haben wir wieder mal gewonnen. Alle gemeinsam. So, Donkey. Und jetzt knöpfe Peach die Münzen weg. Du schaffst das. Klau hier so viel wie möglich. Ja, 10 Stück. Immerhin. Ja, Bosa ist oben. Ich seh ihn grad rechts oben. Apropos Bosa, er muss natürlich aufs Feld treten. Naja, was soll's. Nicht Bosa Umbruch, bitte nicht. Bosa ist Knallfall. Knallfall. Uuuh. Sorry, Leute. Da muss ich jetzt echt ein Safe State setzen. Ach so, nur 10 Münzen. Naja, dann ist es egal. Aber. Das ist voll nicht ohne. Das ist nicht ohne, dieses Spiel. Wirklich. Vor allem, wenn ich Bosa noch auswähl. Weil hier geben die Gegner noch mehr Gas als sonst. Ich muss mich konzentrieren und kann da ja nicht reden. Ja. Finish. Gut gemacht. So, alle verlieren 10 Münzen. Außer ich. So. Gut, ich bin nicht mehr der Zweite. Ich bin Erster. So, jetzt kommen wir aber mal vorwärts. Hopp. Naja. Oh shit, das sieht nach 2 gegen 2 aus. Und Peach kann sich schon mal ihre Vorfreude vorne rein wegnehmen. Denn jetzt muss sie ordentlich Geld zahlen. Das ist echt bitter hier. In Marius Regenbogenburg. Sie bekommt ein Z-Star geschenkt. Das bedeutet, sie muss 40 Münzen zahlen. Das Doppelte, was ein wirklicher Stern kostet. Und stellt euch mal vor, der Stern ist nicht mal was wert. 40 Münzen, Leute. Das ist so schlimm und wirklich krass hier. Das ist Marius Regenbogenburg. So hat jedes Spielbrett seine Fallen. So ist das leider. In Mario Party. Wer damit nicht klarkommt, sollte es gar nicht erst spielen. In 3-7 in Wahnsinn. Okay, Wüstensprint wäre besser gewesen. Weil bei 3-7 in Wahnsinn habe ich immer etwas Probleme, wie ihr wisst. Aber wir kriegen das schon hin. Oh, die waren schneller wie wir jetzt. Das ist... Und... Okay. Ein Rennen auf Leben und Tod, würde ich sagen. Jeder will der Beste sein. Ah, das wird knapp. Oh, scheiße. Ich glaube, das verlieren wir. Oder, oder, oder? Boah! Das war knapp. Das war ein knappes Spiel. Das wäre um Haris Breite daneben gegangen. Verdammtes Glück, würde ich sagen. Gut gemacht, Mario. Deine Zusammenarbeit ist super. Sechste Runde schon. Freut mich richtig, wenn das so gut klappt. Oh, wow, wow. Ich trete wieder auf ein Bowserfeld. Münzen stehlen. Von... Ähm... Ja, weil Mario jetzt so gut war, mache ich es von Donkey Kong. Wir waren ja jetzt ein Team sozusagen. Eine Runde. Mario wäre das jetzt egal. Er würde jetzt von mir klauen, wenn ich... ...der Erste wäre. Oder wenn er jetzt klauen könnte, aber... ...ich denke, ich spiele mal da ein bisschen Fairness. Oh, oh, Bowser fällt. Oh, oh, oh. Bowser's Grimassen los. Oder Bowser's Tau ziehen. Ja, Bowser's Tau ziehen. Der Verlierer, der Verlierer verliert 20 Münzen. Okay. Jetzt wird es richtig anstrengend. Okay, ich darf nicht verlieren. Fallt rein. Los. Ja. Boah, war das mühsam, aber wieder mal. Super, diese Party läuft viel besser wie die alte. Yoshi wins. Hier sind die Ergebnisse. Die anderen drei verlieren je 20 Münzen. Ha. Wir sehen uns wieder. Ich werde auf euch warten. Wuhahaha. Tja. Jetzt sind alle pleite. Auch Mario leider. Trotz der guten Zusammenarbeit, die wir vorhin geliefert haben. Kann man nichts machen. Es ist wieder ein 2 gegen 2. Und dieses Mal ist es Bob-Up-Fahrt. Aber diesmal muss ich mit Pitch arbeiten. Vielleicht rächt sich Mario jetzt mit der Scheiße, die ich... Oder nee, mit Donkey kommen muss ich. Vielleicht rächt sich Mario ja jetzt an mir. Wer weiß. Okay, los. Die 2 gegen 2 Minuspiele sind hier ganz witzig, da es leider nur 5 Stück gibt in Mario Party 1. Das ist das echt blödeste. In Mario Party 2 gibt es ja zum Glück schon wieder mehr. Und in Mario Party 3 nochmal viel mehr. Okay. Wir führen den Moment an. Kann sich, wenn wir Pech haben, noch ändern. Oh, diese Musik liebe ich einfach, Leute. Die erinnert mich richtig an meine Kindheit. An meine erste Wohnung, wo ich gelebt habe. Und wahnsinnig wirklich, wie mein Bruder das immer gezockt hat mit mir. Das fand ich wirklich... Ich find's bis heute immer am lustigsten. Scheiße, mein Headset rutscht runter. Kacke. Goh, Glück gehabt. Das ist mir komplett von den Ohren runter. Das hätte jetzt blöd ausgehen können. Aber immerhin... So. Okay, Leute. Die Zeit ist wieder um. Wir werden im nächsten Part weitermachen mit der Regenbogenburg. Und dann werden wir sehen, wer wird der Beste sein. Dieses Mal habe ich versprochen, werde ich Mario schlagen. Denn er hat die letzte Party ja gewonnen. Im Moment sieht's danach aus. Kann es sich noch ändern? Ja, kann es. Bis dann.